In Madrid begrüße ich Natalia Bachmeier. Rajoy fordert Klarheit, kritisiert, dass man nicht genau weiß, ob Katalonien jetzt die Unabhängigkeit ausgerufen hat oder nicht. Wie deutlich ist er denn geworden? Er hat gesagt, dass er nicht bereit ist, quasi Textexegese zu betreiben. Dass er also den Ball wieder nach Katalonien zurückspielt und dass die Regierung dort sich erstmal erklären muss und dass er vorher überhaupt nicht sagen kann, wie es weitergeht. Er hat da übrigens auch die Opposition in Madrid hinter sich, die sehen das genauso und sagen, das kann jetzt nicht unsere Sache sein, zu interpretieren, ob das eine eigentliche oder eine uneigentliche Unabhängigkeit ist. Das muss Herr Puigdemont schon selber erklären. Der Hintergrund könnte auch noch ein anderer sein. Es war ja viel von dem berühmt-berüchtigten Paragraf 155 der spanischen Verfassung die Rede. Der es einer Zentralregierung ermöglicht, eine Regionalregierung zu entmachten, wenn die ihren Pflichten nicht nachkommt oder den Gesamtstaat schädigt. Diesen Paragrafen 155 kann man aber nicht einfach so ziehen. Da muss es schon eine gewisse Vorwarnung geben. Manche Verfassungsjuristen sagen sogar, es müsste eigentlich eine Frist gesetzt werden. Und es gibt politische Kommentatoren, die sich das heute im Parlament angehört haben und gesagt haben, Rajoy hat diese Vorbereitung heute getroffen. Das war eine Ansage, die quasi eine Fristsetzung oder eine Vorwarnung ist. Dann nochmal die Nachfrage, wie es auf der anderen Seite aussieht. Warum bleibt Puigdemont so unklar? Ich denke, zum einen ist die katalanische Regionalregierung ein bisschen unter Schock, weil sie gesehen haben, die Wirtschaft macht tatsächlich ernst. Die Katalanen sind ja sehr stolz auf ihre starke Wirtschaft, dass sie eine so starke Region sind. Das jetzt so sang- und klanglos vom Sekthersteller Frejnett bis hin zu zwei namhaften Banken. Alle sagen also, wenn das so kommt und vielleicht sogar schon vorher, dann werden wir unseren Hauptsitz wegverlegen aus Katalonien. Denn damit hat er nicht gerechnet. Und möglicherweise war diese Verschiebung der Unabhängigkeitserklärung eine Möglichkeit, sich da nochmal Luft zu verschaffen und zu gucken, ob nicht von irgendwo doch noch ein Lichtlein herkommt. Zum Zweiten muss man sagen, ist die Regionalregierung in Barcelona natürlich auch juristisch gut beraten. Und möglicherweise hat da jemand gesagt, wenn ihr die Unabhängigkeitserklärung gleich wieder suspendiert und ein bisschen rausschiebt, dann macht ihr es Madrid unmöglich, diesen berüchtigten Verfassungsparagrafen zu ziehen, weil es ja faktisch noch gar keine Unabhängigkeit ist. Sprich, die Landes- oder die Regionalregierung in Barcelona hat vorgebaut, um nicht abgesetzt zu werden. Dann spielen wir den Ball jetzt nochmal wieder auf die andere Seite, nach Madrid. Also nochmal ganz konkret nachgefragt. Dieser Paragraf 155, der würde dann in Kraft gesetzt, wenn Katalonien die Unabhängigkeit ausrufen würde. Was genau würde das bedeuten für das Land? Das steht in der Verfassung nicht drin. Und das ist ganz interessant, weil zum Beispiel die Opposition, auch die Sozialdemokraten oder Sozialisten, die größte Oppositionspartei hier in Madrid, gesagt haben, sie hätten da mit Rajoy schon drüber geredet, würden aber jetzt noch nicht sagen, wie das konkret aussehen könnte. Das zeigt, dass es eine äußerst heikle Angelegenheit ist. Nicht umsonst wird das in der spanischen Presse auch die nukleare Option genannt. Und ich glaube, man möchte sich da so schnell nicht festlegen und sich überlegen, wie das dann genau aussehen könnte. Der Chef der Liberalen hier in Madrid allerdings, das ist die Partei, die die Minderheitsregierung Rajoy toleriert, der hat eindeutig gesagt, wie er sich das vorstellt, nämlich, dass die Regierung erstmal entmachtet wird, dass Neuwahlen dann ausgerufen werden und dass man dann hofft, dass Puigdemont abgewählt werden würde, weil man mit diesem Mann eben keine Lösung mehr sieht. So, und ein letztes Mal spielen wir den Ball jetzt noch nach Barcelona. Auf der anderen Seite, wie kommt Puigdemont denn bei den eigenen Leuten jetzt noch an? Also, die Enttäuschung gestern vor dem Parlament, als Puigdemont sich da so zweideutig geäußert hat, die war in den Gesichtern der Leute, die da gewartet haben, nicht zu übersehen. Und man muss sagen, er ist ja auch Teil einer Koalition, er hat noch wesentlich radikalere Koalitionspartner. Da sind schon so Wörter gefallen wie Feigling und die haben sich im Wesentlichen aus der parlamentarischen Arbeit verabschiedet und haben gesagt, also, wir werden jetzt außerhalb des Parlaments weiter für die Freie Republik Katalonien kämpfen. Also, man sieht, das kam alles andere als gut an. Puigdemont hat da einige Erwartungen geweckt, die er so gar nicht mehr, denke ich, erfüllen kann, wenn er sich dann nicht wiederum mit der anderen Seite mit Madrid anlegen möchte. Vielen Dank, Natalia Bachmeier.